hier sind wir wieder bei einem part ich versuche immer noch dieses ding zu finden wo man erfährt ob dieser spinos aus als beute etwas das macht was er gern haben will ich habe aber vielleicht erfahren wir darüber wenn wir da hin und keine ahnung ich bei infos dachte ich die muss aus deinem spät ist ja ich glaube ich habe es ich glaube ich habe es dann also profile vor wie und zeigt es nicht an sich dass ich das vier ok ich habe es rausgefunden ich muss einfach hier durchklicken und ich finde es trotzdem nicht scheiße ordentlich mal nach nein dinosaur basics popularity mesozoic timelines die lobos auch groß nein size comparison wow das ist mal was neues der indominus rex ist größer als der t-rex der indor tor ist sie genau dazwischen so wie damals als der alusaurus von arc vorgestellt wurde der baryonyx ist unter dem karmel taus und der alusaurus ist sind danach und der belutzer ab der kleinste ok das ist aber nur das heißt da jetzt empfehlen cool dinos aus den augen vor seele die sind mehr als movie ist das ist mehr wie ist das als dinosaurier wenn ich den namen in meiner favoriten liste hätte diese dinosaurier ist ein richtiger klassiker ich glaube ich habe schon mal von denen gelesen irgendwo heißt es nicht dinosaurier müssen eigentlich richtig groß sein das ist mal das ist mal total klischee was steht bei und so steht bei dem das ist da die lobos aus ok steht bei denen ja klar der mag baryonyx zum frühstück und der tyrannosaurus rex der mark geben edmunds aus ich habe meine erinnerung der markt parasaurolufus wollen wir uns hinein holen wir haben ja zwar keine so eine maschine oder sowas ähnliches aber sagen wir mal aber der ist mit dem baryosaurier benachbart und die haben alle ihre eigene maschine klingt zwar jetzt grausam aber wir werden einfach mal ein paar parasaurolufus zum fraß vorwerfen vielleicht wird er damit zufriedener hat er auch ein bisschen mehr zu jagen da sind sie nun dann werde ich sie gleich mal alle betäuben so das sind sie schieß doch mal richtig schieß ich soll schießen ab bitte ein hat erwischt zweiten hat erwischt und den dritten hat es auch dann legen wir mal los leider werden sie nicht mehr von von ihrem von ihrem traumschlaf erwachen für manche würde es ein böses erwachen geben aber für die anderen das ist dein ohne das ist dein ohne kasse ich habe doch alle was jetzt rächt mich auf mich auf wieso finde ich das immer nicht die sind doch bei meinem nachbarn mit ich hasse dich motorrad so wo muss ich das alles noch finden das ist irgendwo hier oben das weiß ich ich und mein scheiß orientierung sind auch da so der erste hat seinen seinen bestimmungsort erreicht was ihn aber damit zufrieden auch hat so die 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 kann ich aber noch die anderen her holen oder wie komme ich da jetzt hin da 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 das bin so 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 Anstatt Ziegen mal richtiges Dinosaurier-Fleisch. Und wenn er aufwacht, dann wird er drei Parasaurolophus zum Abendessen haben. Und seither. Und wenn er aufwacht, dann wird er auch eine gute Idee, wenn er aufwacht, dann wird er auch eine gute Idee. Alles klar, alle drei sind angekommen, das Venusaurus ist immer noch hungrig, aber lassen wir den Großen erstmal schlafen. Meanwhile, wir kümmern uns um unsere Fossilien, die inzwischen mal wieder voll sind. Komm so Gnatus, Mami, schieß auf, komm so Gnatus, komm so Gnatus, komm so Gnatus, komm so Gnatus sind groß, komm so Gnatus sind groß. Okay, so wie es aussieht haben wir vor allem jetzt nur Komm so Gnatus, ist aber trotzdem bescheuert. Was passiert eigentlich mit denen, die unique Qualität haben, aber keine Dinosaurier da drauf stehen haben? Wird es dann einfach random den anderen Dinosaurier noch gut geschweben oder wie jetzt? Das kapiert nicht. Er wacht. Er ist auch für Wacht. Und seine Beutetier sind noch nicht aufgewacht. Oh je. Die werden böses Erwachen haben. Hab ich das Gefühl. Oh nein, was ist das? Ja, der ist ja weg. Nein, wir müssen hier weg. Wir dürfen es nicht, wir dürfen es nicht darauf auslegen. Warum haben wir uns hier hingesetzt? Erzähl uns das doch mal. Ich hab keine Erinnerung, aber ich hab das Gefühl, wir müssen ergeben, wer oft dieses Ungetüm verfüttert. Aber warum wir? Warum nicht jemand anderes? Wir sind doch gerade erst hier vor. Wir sind doch noch so jung. Ich weiß es leider nicht. Und weil sie es nicht wissen, da haben sie deswegen gefressen. Nein, lauf da nicht hin. Da sonst was hinkommt. Es wird uns alle fressen. Lauf! Es verfolgt uns mal rein. Nein, es geht weg. Okay, das ist jetzt irgendwie lahm. Ich weiß es nicht, dass ich jetzt keine Dinosaurier mehr habe, lässt mich verwirren. Habe ich den jetzt alle schon auf 100%, die ich hatte? Muss ich mal da mal gucken. Also Fosselhand sagt. Wir haben hier sieben hingeschickt. Und wir haben jetzt hier die... Also Brachiosaurus haben wir. Den haben wir. Ich glaube, den haben wir inzwischen auch schon. Und es ist nur eine Frage, Apathosaurus und... Waren wir nicht die Saurus, wären ich glaube ich die einzigen, die jetzt da übrig bleiben. Nein, du wirst jetzt nicht die Ziege fressen. Du frisst jetzt nicht die Ziege. Du frisst jetzt nicht die Ziege. Oh nein, er frisst die Ziege. Och Mann. Ich habe mich umsonst Parasaurolophus hingelegt. Ich weiß, dass du hungrig bist, aber... Nein, der nimmt die Ziege. Nein, der nimmt die Ziege. Oh nein. Fuchsaurier. Warum ist das so beklabt? Das ist doch nicht wahr. Ist nicht wahr, ist nicht wahr, ist nicht wahr, ist nicht wahr. Ich habe die Ziege genommen. Ich schalte dich jetzt aus. Es ist erst mal deine letzte Ziege gewesen, bis du einen dieser drei getötet hast. Ich habe es nicht umsonst hier reingeschmissen müssen. Nein, nicht die Ziege, nicht die Ziege, nicht die Ziege, nicht die Ziege, nicht die Ziege. Das ist doch kacke mit den Ziegen. Wieso bevorzugt der Ziegen über... Oh, das ist beendet. Jetzt hat er so zwei solche Halb... Halb Ziegen gegessen, die so halb schwarz und halb weiß sind. Und ich mag diese Art. Die hatten wir bei... Die haben wir bei unserem Südpark. Der schläft. Hä? Der schläft nicht, er chillt. Aber so ein Räuber wird schnell wieder hungrig. Der Ziegenmangel wird ihm auffallen. Und dann wird er stattdessen sich über die Parasaurolophus hermachen. Bei denen er hat es wirklich lange, bis er seinen Hunger gestillt hat. Die Ziegen sind einfach nicht genug. Deswegen habe ich diese Viecher reingestellt. Und der frisst. Die Ziegen! So ein Scheiß. Ach, der Bakt. Deswegen sah das so komisch aus. Friesies! Er tötet es! Er tötet es! Er tötet es! Und seine Energie frisst sich auf. Das ist cool! Bei dem frisst sich also doch die Energie wieder auf. têmet es! Er tötet es! Er tötet es! Er tötet es! Er tötet es! echt klasse, aber ohne Scheiß, wenn Spinosaurus hier schon so ein total voll geiles Verhalten bekommen hat, dann bin ich mal gespannt, wie das dann wird, wenn er bei Jurassic World Evolution erst richtig loslegt. Immerhin ist er ein bisschen satt geworden. Na gut, aber wir müssen arbeiten. Wir müssen arbeiten an unseren neuen Forschungen und so weiter und wo sind die jetzt überhaupt hier? Ist weg, ist weg, ist weg, ist weg, ist weg, ist weg, ist nur noch Vakins. Tollwut. Gut. Ich habe das Gefühl, wir sind hier alles durch. Bei dem Brariosaurion werden wir es mal ausprobieren. Nö, nicht die New Wampage. Wer Wampaged hier? Da. Mamingchisaurus. Der ist fertig. Super. Und der ist sogar 100%. Der ist nur 65%. Lernzhaft. 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 überlebt gar nicht ich meine die wir sind riesig in die barrio so sind auch riesig und da kommen sie genau zu gucken wie winzig der ist sieht man kaum einmal drauf dran blödenbogen weg ja ja wer sowas von möglichen heran da wird auch ich wusste sie raft holen ja mal wieder schlafen wir machen einfach die ganze nacht lang party mit 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 und das ist ein baby ich kümmere so alle So, jetzt schlafen sie alle. Sie versuchen den letzten abzuknallen, okay. Die anderen nicht schlafen. Er schläft nur nicht. Und ich meine, die Chisau, sie haben ihre eigene Herde gebürtet. Oh, die hocken einfach nur ihr so auf den Haufen. Ist sie überhaupt nicht? Aber Scheiße, das ist das Gruselig. Aber wisst ihr was? Oh, Mauchen. So, ich lass mal ein paar sterben. Der erste ist tot. Der zweite ist tot. Ach nein, das war leider einer dieser. Der dritte ist tot. Dieser brav, ich muss aus, die ist so toll. Das ist wieder einer tot. Nein, das ist irgendwie makaber, aber die sterben dann irgendwie wenigstens nicht an qualvollen Schmerzen. Ich meine, das Gen wird aktiviert. So, das möchte ich jetzt nicht mehr haben will. Davon kann ich auch ein paar ausrocken. Okay, die letzten zwei dieser Art sind gestorben. Allein Sauropoten sind die einzigen Lebewesen, die wahrscheinlich dazu in der Lage waren, an sehr hoher Altersschwäche zu sterben. Die Tiere wurden allerdings noch nie gefunden, weshalb keiner genau sagen kann, wie groß und wie alt sie wurden. Man geht aber aus, dass sie wirklich über hundert von Jahren waren. Am Ende. Nok bitte. Also, jetzt nüriesgelt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, sag mir nicht mal was Neues. Oh, das Lager ist leer. Das ist schlecht. Das einzige Gute darin scheint zu sein, dass ich damit wirklich meinen Apathosaurus auf 100 DNA jetzt bekomme. Durch die Random-Bernsteine. Das bedeutet, ich hole mir da wahrscheinlich drei davon. Egal wie oft ich Jurassic Park Operation Channels spiele. Wenn ich jetzt denke, wie geil das Jurassic Park Jurassic World Evolution sein wird, finde ich, ist das ja wie ein Spiel in Kinderschuhen. Das war nicht perfekt. Damals war es allerdings für unsere Vorstellung das Perfektesten, was wir hatten. Bis wir es dann gemottet haben. Dann haben wir es besser gemacht. Zu sowas hier. Und irgendwann, wenn der 12.6. endlich gekommen ist, werden wir unser Wissen erweitern. Und wir werden unsere Dinosaurier noch besser erschaffen als je zuvor. Tatsächlich 2.9. Das ist sehr gut. Oder jemand dort. Ist es Sturm, ist es Sturm, ist es Sturm, ist es Sturm, ist es... Oh Mann. Könnt ihr mich nicht mal mit anderen Nachrichten voll nerven? Aber so wie es aussieht, habe ich jetzt wirklich... Ähm... Na? Wo? Hier. Extracte ich trotzdem. Aber währenddessen wechsle ich schon mal das Gebiet. Denn wenn wir haben jetzt hier... Zoom-In. Der 18. sagt trotzdem noch, es ist gut. Es ist gut. Dennoch wollte ich die Info holen. Und zwar hier. Denn ich habe nämlich den und den habe ich jetzt alles geholt. Jetzt habe ich die hier geholt. Und diesen Halo 100%. In dem Fall hat alles gut funktioniert. Haben wir alles in einem Port geschafft. Läuft bei mir. So. Nachdem wir den nordamerikanischen Kontinent etwas weiter ausgenommen haben, wird es nun Zeit, die Hell Creek Formation in Angriff zu nehmen. Und hier sind die ganzen bekannten Dinosaurier, die wir schon alle 55% haben und sogar schon mal ein bisschen angekratzt haben. Hier sind auch dann auf Seite B wie zum Beispiel Triceratops, Edmundosaurus und Paricephalosaurus mit drin. Wollt ihr wissen, wie es weitergeht? Abonniert mich. Klingelt das Glöckchen. Und freut euch auf den nächsten Part von Jurassic Park. Operation Genesis Jurassic World Fallen Kingdom Collection Mod. Also bis zum nächsten Mal und ciao.